Vegas Films präsentiert Oh, okay Vegas Films präsentiert Vegas Films präsentiert Du willst nur um jeden Preis das Intro kommen, ne? Ich meine, das wird sie in ihr Intro schneiden Vegas ist cool Wake it up, everybody out for the phone, let's go Everybody knows the food Hey Das ist kalt Bin 19 Jahre alt Hey little sister Ich unterhalte mich gerade Auch verwandt mit Darth Vader Let's raider One little thing Papa hat gerade heute das Bad selber gemacht I am really special cause there's only one of me Of course, under the cup is the undercup You'll gonna make it alright Wie viel macht das? Ne, ne, das kostet nichts Weil das die Zukunft ist A face badly in need of a slap in the face Am ganzen Tag Ich preise die Ukulele Ja, ist fertig Ah, fertig, wie kann ich hier wieder Das brennt übrigens Das bei ist hier Ich hab's falsch vorgelesen Das ist ein ganz, ganz schlechtes Mikrofon Nein Wow Ich war ja gar nicht zu Hause Draußen bin ich Also noch draußener als gestern Das Ganze ist eine Metapher über große Money Deutsche, Vegas Egal Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will stets das Gute schafft Gute Wiederhole ich mich? Nein Ah, weg Mäh Zwölf Guten Tag, ich guck voll in die Hammer Ich zeig nochmal Trinkst du? Mh Es hat scharpen my senses I collect your fucking head Irgendwas, irgendwas tolles Und warum nicht mal nen Hut? Vielen Dank Machst du ein Video? You are the sister, we are the thief You are the devil, we are the thief Shot and kill Meta Der Imperator kommt hier her? Ganz richtig Kameratschlag Und was ihr auch braucht, ist die Liebe von allen Da bin ich total deiner Meinung DCRHC18E Ich erzähle jetzt die Geschichte vom ollen Rotkäppchen Und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor den Toten Guten Tag, wollte ich jetzt Ja, gut, guten Tag Weißt du, das ist eine Überraschung für mich Ja Nee, jetzt tut's nicht mehr weh Yeah Die Tränenkreise, Kinderschar Ihr werdet für immer in meinem Herzen Aber voll Die Zeit von Hagen nach Sani vor Rodrigo Ganz her Aber ich hatte bei Konrad Kujau Hatt ich Malunterricht Das ist der Typ, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat Und ich hab keine Schere In der Deutsche-Vegas-Jack-Rabbit-Slim-Twist-Contest So Oh weh Oh, wie knapp So, Quatsch Weil Vegas Du hast ja gar keine Karten Ich kann grad im Moment überhaupt nicht schneiden und auch kein Intro machen Tadada, doch das hier Heute ist Tag des Lumbago Oh, ist gar nichts Gutes Deutsche EK Ach du Scheiße In Zeiten wie diesen Es Wie sind jetzt in New York angekommen? Ganz sweet Äh, Leberkuchen Komm mal Es nickt aus dem Ort Ne, so funktioniert das nicht Mach es einfach Ähm Da liegt ein toter Mensch in unserem Haus Oh, hey Das funktioniert auch bei Tieren Aaaaaaah Und wenn sicher Nicht die letzten Zeit Au Jungs lieben witzige Girls When you sleep So you better try and try to keep away Total krass Boah Vegas Wie sie vielleicht wissen Hat zweimal ihren Freischwimmer gemacht Two minutes I'll go to your house Is the hero's show Coco Gras Seit bestimmt zwei Stunden Friends auf Französisch Und es ist unwahrscheinlich Wie wenig Französisch ich kann I got twenty more minutes to go Aristoteles war kein Belgier Oh Weißt du wie man einen Quarter Pounder mit Käse nennt? Ne, ich Ich geh nicht zu McDonalds Reicht's jetzt nicht mal langsam? Janis Droplin und umgeknickte Finger I'm the only gay Eskimo La Dolce Vega Dolce Vegas Dolce Vegas Hallo Liebe Kaffee Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen Non voglio comprare questo Tappeto Achselhaare Und das ist eine Bombe Das ist ein Bäcker I made bubblegum pie Ja Kaffee Das ist eine Musik Das ist alles im Laisen Das ist alles im Laisen Achso Ich hab verschein den in die Osen Ich hab verschein den in die Osen Und in La Dolce Vegas La Dolce Vegas Ich stehe gerade direkt neben Christoph Weils Vielen Dank Von der Kamerafrau Vielleicht definitiv Fuck. Heute Holländisch. Hashtag. Treffen sich zwei Rosinen, sagt die eine. Warum hast du einen Helm auf, sagt die andere. Ja, ich gehe gleich in den Stollen. Ist aber eher so ein Weihnachts-Witz. Oh. Schade, Vegas. The Sun and the Flower. Nach Florida. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin die Einsehme im Internet. Hallo, Mami. Ich habe keinen Hund, das ist nicht mein Hund. Ich stehe hier so rum und... Dies ist ein Video. Ich werde eigentlich nur angerufen, wenn ich gerade Videos mache. Every night in my dreams. Hold on. Soll ich mich schuldigen, ich habe es gerade bekommen. Und es scheint mir zu sein. Okay, wir gehen. Nein. Oh Gott, oh Gott. Die armen Frösche kann man aber leider nichts gegen tun. Schade, schade. By following a practical morning schedule. Hopp. Von Haus noch zwei Häuser weiter. Vorher sagt er noch so... Psch, 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 psch. Fahre in Urlaub. Vegas Films präsentiert. Aber so macht ihr es. Wo schneller? Wegen macht mich schiere, stöbre, schie. Das schnaggelt's. What the fuck? Sieht ganz schön wenig aus. Und nochmal Schritt eins. Mehl, Zucker. Ob ihr den Instrumentum klingt. Ihr müsst schon einen Username hinschreiben. Eine Vegas. Hallo. Du warst echt. Aber immerhin Hindernis reiten und Tossu. Das heißt nur, dass ich es gemacht habe. Aber nicht, dass ich gut war. Ist das schön gewesen? Denn er hatte in seinem Darm eine kleine Würmerfarm. Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Werde ich aus Dank auch einen Drops essen. Ist das auch ein Problem? Nee, ich will ein Bier. Backstreet Boys Karte von 1997. Was ist das denn? Diese Wille gehörte früher lieber Ratschen. Und danach der Barber-Papa-Familie. Ich wünsche euch vor allem schöne Träume. Und nicht solch ein Scheiß. Irgendwas ist anders. Bist du wahnsinnig? Wieso das denn? Wir hätten sterben können. Und nun ist die Stulle auch endlich weg. Wie unhöflich war das denn? Tut mir leid. Scheint überrascht. Was? Applaudier mal. Mein Akku ist gleich leer. Sie ist gehört, er sieht da tatsächlich. Ich trage heute zwei Schuhe. Ach so. Papa? Ja? Was war mein erstes Kuscheltier? Weiß ich nicht. Ein Gedicht? Von mir. Lesen. Von mir, Jungen. Literarische Hochkultur. Vom Feinsten. Ich bin total sicher, du kannst du dich mit einer geladenen Waffe auf jemanden... Nee, nee, nee. Ja, ich weiß. Oh nein, der Humor. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Ich weiß es nicht. Man Cola-Bier. Das ist die traurige Geschichte vom Mann, der immer im Weg stand. Meine Nase ist zu hoch. Wer soll das jetzt wegmachen? Hallo? Over and out. Was macht ihr denn? Es ist ein Mordgeschehen. Und da hat jemand geschrieben, ich habe mich an wie eine Socke in der Waschmaschine. Drittens, Verdrängung. Und ihre Sprache. Es voller Anglizismen. Schnitt? Willst du einen Hut? Ja. Oh ja, mein Hut. So kokettier. Zeig du mir doch mal Bilder in der Schwarzwälder Kirschtorte. Ich muss mich halt ein bisschen beeilen. Weil... Unter all den Glitzer sind wir ständig darum bemüht, junge Menschen für das Thema Politik zu interessieren. Oh. Ein Döner. Aber statt könnten war auf einmal Samuel L. Jackson in meinem Spiegel. Ich massiere sogar meiner Mutter die Füße. Metzelte das Böse... Boah. Pisa, 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 Pai. Ich bin Vegas und ich habe dieses Schild gebastelt. Okay. Was macht man? Man nimmt die Schweißmaus. Zieht einmal runter. Denn ich befinde mich heute in Pups. Palmen überall. Alles voller Palmen außer dem Skigebiet. Die, 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 die... Ja, kannst du eine Amische machen? Die haben sie anlaufen. Die warst auf der Leid. Das ist so... Tut mir leid, tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Eine Reise durch Raum und Zeit. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Ich bin die Erfinderin des Plankings. Ich war fassungslos. Ich bin fassungslos. Don't know what to do. Bitch. Ein Bier bitte. Könnt ihr mal ihren Ausweis sehen? Konturrt euch nicht den Nacken. Alter, Fred. Und der guckt so ein bisschen so über die Schulter. So, hey, what's... What's with my face, guys? Was passiert hier? Ich habe mich heute bekleckert beim Essen. Hübsch nicht? Hier bekomme ich eine Szene aus One-Hour-Foto und nicht mehr aus dem Kopf. Hallo! Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Next Stop Berlin Spandau. Ich bin die einzige Überlebende auf diesem Planeten. Ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Diese Katze heißt Vegas. Ich liebe Kirche. Aber das Gefühl, sie besteht nur aus Kinn. Ich möchte dort gern meinen Kaffeebecher abstellen. Ganz liebe Grüße. Hier ist mein Kleiderschrank. Der ist immer offen. Wenn ich ihn nicht zumache. Und es wurde ja auch mal langsam Zeit, nicht wahr? Haben Pinguine Knie? Bis in die Puppen. Die Transsubstationslehre. Katze unterm Regenbogen. Jason, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jason schlicht durch jetzt. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, die man an den vielen schönen Bildern erkennen kann. Viel besser als der Rest, der sich kaum ertragen lässt. Da ich in Berlin-Neukölln geboren wurde, war ich Neuköllnerin. Und dann war ich Neuköllnerin. Sie trinkt in der Nacht, ob sie mal sagt. Was soll ich denn sagen? Hast du ein bisschen begeistert? Heute ist Freitag der 12. To the point of no return. Internet hängt. Oh nein. Ich male nun Rihanna, ohne hinzugucken. Superman. Topabware. Alkohol. Nicht gut. Ich will endlich wieder das Licht kuchen. Was soll das denn? I got pretty satisfaction. I thought it was a love story. He snores. She weasel. Hello. Manchmal fragen mich Leute, wer ich bin. Und dazu fällt mir keine Antwort ein. Inoffizielle Fanbuch über die neue Kultserie. Neu? Es ist super witzig. Vielen Dank. Ta-da. Ta-da. Seh aus wie ein Teppich. Ja? Du hast mich getaggt? Was hab ich? Fick die Hater. Prost. Ich spüre keinen Schmerz. Ich sitze da und esse Klops. Auf immer Klops. Prost. Ah. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein richtiges Pegida-Mitglied zu werden. Was ist denn heute in Rot? Wie würdest du das denn interpretieren? Das ist meine wahre Stimme. Entenschnäbel aussehen wie Hunde. Which is ridiculous, because witches, they were persecuted. Weil die Angst das Einzige ist, was deiner fällt, wenn du mich fragst. Journey. Leute, die Pacific Rim mögen auch Power Rangers-Style-Wolle. Ich bin's wie ihr eure Prinzessin Vegas-Style-Wolle an meinem schönen Kopfschmucke sieht. Es war einmal eine Rapper-Tomate. Facebook sagt, ich habe keinen echten Namen. Tja, das war's schon. Was? Wo ist sie gestorben? Was? Wo ist sie gestorben? Steigst du einfach aus dem... Da war doch gar keine Leiter. Ja! Ich war schon... Mega! Von der Mandy Schmidt. Und... Ja. Jogger. Ich werde es nun auspacken. Du siehst toll aus, wenn ich das sagen darf. Du siehst toll aus, wenn ich das sagen darf. Dankeschön. Es geht um Leben und Tod. Hier ist ein Foto von mir, als ich klein war und vor einem PC saß. Guten Tag Frau V, wir mischen ihren Namen nicht weitlauer nennen. Oh, kacke. Oh. Oh mein Gott. Aber es funktioniert jedenfalls. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nicht so klar. Oh mein Gott. Was sind... Tada! Mann! Ja! Danke für deinen rettenden Anstand. Puh. Ne Brezel. Ich habe eine Brezel gemacht. Oh ihm hat Geburtstag, er hat alles vorbereitet. Ich habe nun Philosophie, Juristerei und Medizin durchaus studiert. Nein. Ich gucke eine Serie. Oh ist ja hier so ein neurotisches, also so ein Zwangskrankheitselement, was ja so nah an der Vollendung seines Überselbst steht. I have not foresee this thing happening to you. Wie sich herausstellte, war es ein Pinguin. Entweder ist es jawoll, oder pfui. Ist mir völlig wurscht. Geschrieben von... ... 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 denn liegt ein tabu rum oder auch nicht ich habe nie so etwas wie das er sieht wie eine B*** was? ich begleite deinen Bein die Kokonust, die Trägenpul die Kokonust, die Kokonust, die Kokonust die Kokonust, die Kokonust die Kokonust die Kokonust die Kokonust mit toi, du ne me vois pas siehst mich nicht hey 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 Wenn jemand dir die Tür aufhält, sagt man dann. Sehr geehrte Frau Vegas. Wir wollen wie Kinder sein. Nämlich dumm und 1,30. Sachen, die ich mag mit A. Schatz, Hals, Maul. Werter zieht nach Valheim. Oh, ich liebe die Natur. Und die Einsamkeit. Ich werde den Tod von Desport rächen. Ach, zu spät. Meins war auch vergiftet. Er versucht sich umzubringen. Ein Glockenklang bringt ihn jedoch davon ab. Ach, nee, doch nicht. Sun ist Flieger und will sich das Leben nehmen. Was machst du denn da? Ich will mich umbringen. Und warum? Boah, jetzt hast du mich so zugequatscht. Jetzt lass ich's eben. Sei doch vernünftig. Ich hab's heute mit Soundeffekten. Because I like you. I like you. I like you. I like you. And like a lied. Like, like. And like, like a lied to love. Sure as the stars above, I'd really like to kiss you. Ja, bitte? Ich verkaufe Videoideen, die chronologisch sind, sowie inhaltlich aneinander anknüpfen. Und wir haben einen speziellen Kaffeehalter hier. Oh mein Gott. So, hello dear neverland rancher. Also. Oh. Oh. So we never met a bike that he didn't want to ride on Oh mom Oh They're like a bust and lick a rock Singing Do I need Smell that? Oh Mama's gotta try it Denn man weiß ja was man sagt über Frauen mit großen Füßen Nichts Why? Why? I can hardly see The future is quite different to the present Though one thing we have in common with the present is we still call it the present Even though it's the future This girl is on fire Der Film ist so genial I'll be there for you Every breath that is in your life It's the time you will give to me I sing myself another title You thought it was a joke and so you laughed Do you laugh? Which Swiss Which bitch Das Land ohne Prominente Kleine Actionfigur von Shakespeare Mit meiner Stimme Die nicht singen kann Das wisst ihr selber Das weiß ich Wenn sie die Tür nicht frei machen Bleiben wir eben stehen Nein das bedeutet es nicht Bitch 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 I'm a boss ass bitch Hast kleine Kinder vom Schiff geworfen Oh 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 Du Sommer Ahoy 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 Ich bleib dir treu Meine Fingerblasen haben Finger an ihren Blasen Jetzt wünsche ich mir Pum 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 Dass ich tot wär Was machen das für ne Scheiße Naja Da liegt ne Schuheinlage What do you think? I like turtles Alright You're a great zombie Und das nervt voll Der nimmt die so ne Zange Und zieht so dran Und dann durch Also die Zange ist eigentlich Und das ist schon sehr unangenehm Guck mal Freihände Ich dachte schon Wie heißt denn der zum Beispiel Thorsten? Ich hab das Licht nicht angemacht Was ist mit seinen Händen passiert? Och Alles daneben Da ruft jemand an What the fuck? Ganz recht Ich habe einen Blitz fotografiert Einen verdammten Blitz Ich sollte dir vielleicht sagen Dass ich unser Reisegepäck Mit Weisenfleisch gefüllt habe In meiner reinsten Form Ich bin Vegas Und ich möchte in ihren Film N24 berichtet über den Ringelganztag Es sind anscheinend keine turbulenten Zeiten Ist ja klar Ich bin doch heute dran Nein, bin ich schon wieder Ich bin ja alle irgendwelche Lampen am Tisch Das ist doch glücklich Es war einmal ein Katzenherr Der mochte gerne Hüte Doch alles wird auf Dauer schwer So trug er eine Tüte Deswegen muss ich euch das jetzt zeigen Moment Er schmeckt scheiße Es ist Videoday Und brennt wie die Hölle Das ist also eigentlich kein Klappe Sondern eher Panta-Schweiß Aua 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 Ja Aua 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 Au Oh, kenne ich... Nein, kenne ich nicht. Mac Steel Gun. Oh mein fucking Gott. Mac Cinnamon. Wie schön das draußen aussieht. Das ist total unhöflich, aber nötig. Ich zitiere Markus Kafka immer falsch, mach das jetzt aber auch immer konsequent falsch. Ich lass laufen, ja. Gut, alle ausgeschaltet. Brecht hat auch keine Zwinker-Smileys benutzt. Franch. A Liberty Fraternity. Ich hab' aber B's und das du musst alles ins B's. Ich bin stupid, aber das ist doch nicht mein Gott, ich hab' nur noch mein Gott. I got my snowboard under my feet. Also zählen wir raus. I hate you. Ist alles selbst geschrieben. Einer meiner Lieblingsfilme. Sieben. Fuck it's who's gotten now. Au. Ach ja. Papa Calvados Tequila. Es ist Schipokelai und die Nacken-Rank. Mann! Pfff! We'll never get started. We'll never get started. Just a new vie in Arc-en-Ciel. Just need a curse. I'll take you to the candy shop. I'll lend you like a lollipop. He was out your nickel. Haben Sie kurz Zeit für eine Meinungsumfrage? Nein. Warum denn nicht? Weil ich jetzt Autofarbe. Abonniert Vegas Films. Sag mal Tschüss. Abonniert Vegas Films. Wie bitte? Das lösen wir im Schnitt. Das lösen wir im Schnitt. Das lösen wir im Schnitt.